Hallo Freund, was ich dir jetzt sagen werde, ist top secret. Da gibt es eine mächtige Gruppe von Leuten da draußen, die im Geheimen die Welt regieren. Das oberste eine Prozent vom obersten einen Prozent. Die Kerle, die ohne Erlaubnis Gott spielen. Die Höhergestellten mögen jemanden mit meinen Fähigkeiten nicht. Bonsoir, Elliot. Und jetzt glaube ich, dass sie mich verfolgen. Eine Verschwörung, die größer ist als wir alle. Evil Corp. Ein Konglomerat des Bösen. Du solltest sofort zu Allsafe kommen. Schon wieder ein Angriff auf den Evil Corp-Server. Wer hat das getan? Ein Konglomerat. Dass die Worte zu groß zum Scheitern ist, nicht mal annähernd beschreiben. Wenn wir Ihr Rechencenter richtig treffen, können wir systematisch sämtliche Server formatieren. Wenn du das tust, setzt du damit die größte Revolution in Gang, die die Welt je sehen wird. Bist du eine Eins oder eine Null? Bist du handeln oder nicht? Elliot. Nur ein Techniker.